So, ich hab's mal per Whatsapp geteilt. Oh, danke. Ich war super. Ach echt? Okay. Wir haben hier noch nichts. Dabei, ich hab's hier noch nie aufgefahren. Alles. Die Spitzkohlpfanne hört sich mit Aprikosen so absurd an. Bei Süß und Spitzkohl. Können wir mal ausprobieren. Es ist Rindtintin. Ach. Jetzt ist es bei mir angekommen. Sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt das auch lesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geklappt hat. Oh. Das tut mir leid. Das macht nichts. Ich komm in den Keller. Das ist schlecht. Ich bin unterwegs. Okay. Ja. Auf jeden Fall kann die dich hauen. Und dann liegst du da. Da kannst du dich nicht abhängen. Ich dachte, die würde oben mit dir bleiben. Aber schade. Warum lässt du mich nicht lieben? Ich hätte mich doch hochfallen können. Aber, naja. Deswegen lässt du dich vermutlich nicht lieben. Ja, wahrscheinlich. Achso. Wir liegen alle im Keller. Wir liegen alle im Keller. Das habe ich noch nie erlebt. Auch. Wir fragen, ob wir alle automatisch sterben. Nein. Du hast dich abgehängt. Wie geil ist das denn? Der war im Keller. Ah. Einer muss jetzt entkommen. Dass du dich abhängen konntest. Wie geil. Du hast die 4% gezogen. Oh, die kommt wieder runter. Wieso kommt die jetzt hier runter? Ja. Wir haben uns zu helfen. Lass mich liegen. Nicht mit mir. Hupen. 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 Sie ist aber auch schnell. Sie hat losgerannt, als ich sie aufgehangen habe. Hupen. Ich fang doch auch sehr schnell mit ihrem Schwertchen. Wie die das Buch hoch hat. Und Schubs lag ich da. Sie ist bestimmt eine Hackerin. Oh, also ich kann das nicht öffnen. Okay. Dann steht da, ich habe vielleicht keine passenden App, aber ich kann normalerweise PDFs öffnen. Äh. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als PDF jetzt wirklich verschleppt habe im Moment. Ja, das war in so einer Dropbox drin. Ja, aber... Ich glaube, weil das ist die Dropbox, wo es wohl drin ist. Ich kann es wunderbar sehen. Hä? Ja schön. Ja. Fantastisch. Mhm. Vielen Dank.